So, also wir sind hier wieder zurück und spielen nochmal eine runde Genshin Impact. Der PC ist immer noch nicht genau gestartet, das wird erst noch dem Mod passieren. Ein paar Programme sind aber jetzt beendet, sonst ist nicht mehr so viel Last auf dem PC. Es könnte etwas besser laufen, aber wir probieren das nochmal. Ein Fenster mit der Auflösung, respektive der Bereich, in dem das Game gedraught zeichnet wird, ist immer noch nicht der ganze Bötschirm. Ich habe es noch nicht versucht zu fixen, aber mich stört das jetzt zur Zeit auch nicht sonderlich. Wir fangen mal an. Nichts, es ist noch nicht notwendig. Ich habe es noch nicht unbedingt versucht. Ich habe es noch nicht versucht, dass wir milliardig sind, wir haben in den Stille in den Sägen hinein. In der Seite nur noch mal. Ich habe es noch nicht, sondern ich kann mich machen. Ich kann mich das nicht, wie ich Ihnen shimmer. Das ist aber auch immer so nicht. Ich kann mich über die Hauptsägen. Ähm, Musik ist wieder separat, nur für mich auf meinem Kopf hörbar. Ähm, ja. Es kann ja jeder seine eigene Musik hören. Let's start. Oh, eine Ruhe. Wir haben sie aus dem Dach erreicht. Ähm, ja. Das mit dem Aufzeichnen hätte schon mal ein bisschen funktioniert. Von daher werden wir jetzt, äh, vielleicht dazu kommen Missionen zu spielen. Ähm, aber jetzt würde ich erst mal hier noch schauen, was da geht. Ähm, das ist auch der Eis-Type am besten fast. Oh, habe ich mich verletzt. So hype. Ah. Oh. 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 Finished. Finished. Fascinating. Finished. 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 suchen. Das wäre jetzt in die Richtung, hier der Werferruf. Da blinkt etwas im Gras. Auch wieder Früchte. Oder bin ich? Oh, okay. Oh, okay. gut, wenn man nachher das Wasser kriegt Und eine Schleimabsandung. Sind wir zu halb aus dem Weg obwohl er da nicht so wirklich sitzbar ist? Oh, ein kurzes, kleines Weg da. Nach 7 Minuten 23 Minuten. Okay. Ich denke jetzt müssen wir den Weg verlassen. Um zu unserem... ...unerkundeten Reportationspunkt zu kommen. Es sieht so aus, als ob wir da irgendwie drauf kommen müssten. Vielleicht da hinten nochmal. Und sonst drauf kledern. Hm. Vielleicht so hinten nochmal hoch. Okay. 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 Dann war der Appflüge. Nein, da haben wir den Punkt gestorben. Das ist ein Ragen eins von. Ich hab einfach mit dem Schwimmen ein... immer mal schauen. Ja, ich glaube das wird nicht lange. Da sieht es auch nicht gut aus, als ob man irgendwie nicht draufkommt. Ich werde zurückbekommen. Ok, zurückbekommen. Ahem. So, okay. Das sieht ja ganz gut. Den kann man dann nochmal abschauen. Es sieht ein bisschen aus, als ob das ein gefährlicheres Gebiet wäre. Also Stufe 15 und so. Oh! Oh! Die Frucht nach oben Woha, Woha! Richtig, 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 Richtig. Dort vorne ist das echt nochmal ein Aussichtspunkt. Hier ist es noch ein Schmuck. ... ... ... ... ... Halt, halt. Halt, halt. Mann. So, so ein Manager. Uh oh. Ich hab das so nicht gehört. Ich hab das richtig gemeldet. Ah, nehmt denn. Ah, das ist gut. Es wird dann gleich Zeit, sich wieder in die Mund statt zurückzuporten. Ich glaube, das ist noch ein etwas höheres Gebiet, als es jetzt einfach so easy für meinen Charakter ist. Man kann es vielleicht schon durchbatteln, aber ich glaube, es ist auch noch nicht unbedingt der Sinn büchstgefährlich. Ja, ich denke, es ist noch nicht unbedingt der Sinn, dass ich mich da jetzt voll durchbatteln, aber naja, ich glaube, ich kann schon mal den Punkt aktivieren. Okay. 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 Oh, nein. Hütt! Hütt! Vielen Dank. Jetzt muss ich da irgendwann durchfliegen. Die Küche sind da drinnen. 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 Okay. Ich habe das Portion gemacht. Ich habe das Portion gemacht. Das ist das die Stadt abgott. Das war's für heute. Ja. Ich bin da rum. Go. Ist das 18? Weig. Hm. Dann können wir jetzt mal durch ... Ah, Abenteuer geltet. Ähm, wie vor? Nicht mal so hinlösen. Da ist eine Frau über da, mit dir zu dir. Mal schauen, was sie will. Willkommen in der Adventurer's Guild. In Wahrheit, ich hatte meine Augen auf dich für lange Zeit. Du hast deine Augen auf dich, oder? Hat sie ... Oh, das ist nicht das, was ich überhaupt gesagt habe. Being on the lookout for great adventurers ist Teil meiner Arbeit. Ach, das ist doch eine großartige Abenteuerin. Wenn ich mich auf dich sehe, ich sehe einen mit dem Potenzial zu rivalen die great adventurers of Legends. Das ist sicher. Paimon sieht es auch. Paimon fühlt sich immer sicher mit der Adventurin mit ihr. Nichtsdestotrotz, zu den Adventurer, du musst die Adventurer-Erfahrung um deine Adventurer-Rank zu erhöhen. Ja, ja. Wenn du es vorher gemacht hast, dann würde ich mal behalten. Ich würde mal behalten. Zeit ist der Grund. Lass mich auf dich an. Lass mich auf dich an. Warte, wir sind jetzt jetzt offizielle Adventurers? Scheiße. Warte. 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 Also Geld ist relativ klar. Keine Ahnung was das sein sollte, eine kristallane Erkanik, oder Erz, Muffin EP, also kann man sich auch nachkaufen, nicht für Waffen nutzen, Figuren EP, das ist gleich das Level der Figur selber, also jetzt die Kiara oder so. Das ist mein Tipp für besser. Okay. Impressive feats?! Sounds like hazing! No, klare Ansage ist ja. F1. Das sind jetzt... ...eine Sachen, die wir schon gemacht haben. Okay. Und noch mehr verloren, okay? Nice. Ja... ...Exkursionsfortschritt. Kapitel 3 Da haben wir auch schon besser gemacht. Okay. Okay. Das hat wir noch machen. Okay. 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 Ist das eigentlich noch dieser Vape da drinnen? Nein, das ist die ominöse Statue. Okay. Ja, wir werden kämpfen. Ich glaube es ist der nicht mehr zu meinen Diensten. Ich glaube es ist der nicht mehr zu sein. Ich glaube es ist der nicht mehr zu sein. Ich glaube es ist der nicht mehr zu sein. Ich glaube es ist der nicht mehr zu sein. Ich glaube es ist der nicht mehr zu sein. Ich glaube es ist der nicht mehr zu sein. Ich glaube es ist der nicht mehr zu sein. Es ist der nicht mehr zu sein. Ich glaube es ist der nicht mehr zu sein. Ich glaube es ist der nicht mehr zu sein. Das ist ein Schreckt, das ist ja. Das ist einfach ein anderes. Das ist ja... Das war's für heute. 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 Thanks. Okay. Das war's für heute. 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 Oh, das war's für heute. Oh, oh. Das war's für heute. 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 Friendless, ja. Okay, das schaue ich später. Habe ich noch nicht in dem Fall. Oh Gott, das ist ein Eidemonstad. Oh Gott. Hm. Elementare Eidemonstad. Ich schaue später. Das ist mein Trupp, sozusagen. Ja. Da kann man natürlich noch eine andere Freise halten. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Ich schaue mich. 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 Verstärkung. Kann ich das dann zusammenfügen? Zusammenfügen. Äh. Ich habe jetzt nicht recht. Ich habe hier eine Angriffsstärke. Anleger. Anleger. Okay. Okay. Also es zeigt es mir wenigstens grün an, dass ich da irgendwie schon etwas habe, das damit zusammen optimiert wirkt. Ich schaue mich. Ich schaue mich. Ich schaue mich. Bessere Qualität oder so. Verstärkung. Hm. Dann müssen wir. Ich kann mich da noch nicht nirgend aus. Nachher ohne. Oh. Ist das so? Ah, das sind auch noch. Helm. Äh, mein Tag kommt doch. Kriosh. Schockbonus. Oh nein. Hm. Das heisst, die werden hier jetzt besser. Hat das vielleicht mit der Farbe zu tun? Ah, nicht ganz. Schon, äh, nicht ganz. Ich dachte, es ist nicht da, da. Tja. Ja, mit. Tja. Ta-ta-ta-ta-ta. Tja, mit. Oh. Oh, okay. Das war's. Entschuldigung. Verteidigung, Spünkt an Erdacht, Klöperspürz. 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 Jetzt sind wir da, aber ich gehe auf dem Halt. Ah, ok. Mal schauen, es sieht jetzt etwas negativ aus. Komm. Jetzt sind wir schon fast wieder eine Stunde dran. Von daher hat es jetzt auch deutlich weniger gelebt. Das ist natürlich jetzt vielleicht noch nicht unbedingt optimal. Aber ähm, schon ein Unterschied spürbar zu vorher. Einfach viel mehr Applikationen öffnet. Und noch YouTube-Apload, wenn es so aktiv war. Oh, Verrat. Oh, das ist ja... Oh, das ist ja... all we need to do is bring that monster to the monster yes what's your point I'd expect a more professional attitude from your diplomats yet here you are saying you want to put an end to one of the four winds of Mondstadt to push it so that yeah so it's like a highly good and the man to the pier I won't have any of this nonsense in front of the Knights of Favonius it's not as crazy as you make it sound fine that's enough negotiation for today at this stage it's simply an amicable exchange of constr I'll be sure to make thorough notes oh you're back thanks for your help the elemental flow is finally the aftermath of storm terror's last attack is finally set however the pressure from the delegation has become too big to be ignored delegation from leeway harbor or in azuma city shnaz naya they choose to follow the god of cryo their envoys go by a particular name the fatui oh them they're super famous super famous wait infamous is more the word I don't think killing storm terror is the right course of action the cryo gods fatui have always coveted the animo gods power I don't believe they have Mondstadt's best interests at heart what is it oh let us head back to headquarters then we shouldn't discuss important matters out in the open Mondstadt is independent and does not belong to any other nation in fact despite being referred to as a city Mondstadt is a nation though snaz naya's fatui are known to be the most aggressive diplomats in Tibet makes sense given the tone of that woman just now so rude so rude how about it's a Oh, das ist nicht so gut. Es ist ein Kristall, mit einer Art von Kraft. Lisa, kannst du es analysieren? Okay. 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 Yes. Was? Was? Das Green Guy disappeared! Use Elemental Sight to track him down. I was spitting my fur. His footprints lead to this wall. I was spitting him down. I was spitting him. I was spitting him down. But I was spitting him down. Oh 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 Jetzt kommt es raus Ich muss schnell mal sich abschalten Oh 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 What is to be sung transpired in days of yore When the divine Archons still walked the earth A dragon cast his curious gaze on the world below As he parted from the heavens that gave his birth The dragon sought truth amongst common folk But mortal trifles only fogged his mind The wind-borne bard strummed his strings Dolce And the holy lyre answered his questions kind The dragon was but a child full of wonder And soared the heavens free from care The bard's songs invited him to sing along For he yearned to let all perceive him fair Enchanting legends the bard and dragon were But the tides of despair soon engulfed the land The lion fang perished and the falcon flag slept As a vile dragon approached Mondstadt in Lundstand Over the cathedral loomed death and his friends Of the people's agony the bard soon sang The soaring dragon heeded his grave cause And amidst the windstorms a brutal war sprang Blood of venom sent the sky dragon into slumber Only to awake to be expelled in abhor Why do people in this age loathe me so? But the holy lyre replied no more Wrath and woe, vigor and venom Wored from the dragon's bitter eyes The dragon's curse sprawled in silence But the lyre could no longer soothe his cries Wait, you guys are... Oh, that's right. You're the ones that scared Dvalin away Dvalin? Who's that? Huh? Oh, right. Most people seem to call him Storm Bear Why do you call him that? Are you two meant to be close- Oh, so close Hey, so... Paimon thinks this guy has a screw loose Good day, Outlander. Seems we meet again I'm Venti the Bard I'm Venti the Bard Three-time winner of the most popular Bard of Mondstadt to be precise So... What do you need from- Given you recognize us, Paimon doesn't believe we need to explain any further Of course it's about Storm Terror Store? Hey! Cut it with the Amnesia Act! Alright, show it to him Oh! Isn't this... What? The crystal has been purified! When? Dvalin! Dvalin, he... The anguish he feels has brought him to tears Tears? He was once such a gentle child Now so full of rage and suffering I also came across a teardrop crystal Can you purify it? Hmm... You... Really do have some wonderful abilities Someone like you is going to end up getting written into a Bard's poem Oh, a hero so bright, should she stand in the light Alas, I've really not the time to compose a melody for you at the... Anyway... Even if Dvalin is not taken down He'll burn himself out in the flames of anger I really must thank you for purifying the teardrop crystal It has helped me greatly But I've already come to devise my own Oh? And what plan would that be? Seeing this tear has brought to mind a friend so dear Friend? One must be going Hey! Where are you running off to? To the symbol of Mondstadt's hero Bye bye! Hmm... Mysterious... Huh! What do you make of that? As far as he's concerned, you're a weirdo too, you know Know what? Familiar? I don't know You're alone on that one What did he...? Let's go... Let's go... You know the gigantic one, you can't miss it... Surely you still remember... Surely you still remember... ... ... Das ist fast, wie ich es neigste. Hmm, sind wir jetzt eine abschtheit. Oh, das ist nicht so. Was ist das? Oh, was are you doing here? Though I was just wondering if you would happen to follow me. You speak of the god of Animo, Barbados? He already disappeared from Mondstadt a long time ago. Liyue and Inazuma's respective gods of Geo and Electro are still present, but Mondstadt has seen many a moon since they last saw their own god. Why do you wish to know about the god of Animo? Does it have something to do with Dvalin? Oh, uh, it's because gods... Um... Just how is it that everyone sees Storm Terror? I'm quite curious. That said, there's no need to rush. I have not been back in a while. It seems there are a few who are unhappy with my arrival. The wind! I can't open my eyes! What is a creature like that doing out here? It's such a cool place! You think it was going after that green guy? His relationship with the wind seems even deeper than yours! I have to move on. Another new element that can also be poisoned. I don't think... Where is he now? Where is he now? Da! Das ist so schwer! 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 Ich werde mich checks, nichtes B. Das war's für heute. 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 There! Okay. 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 Das war's für heute. 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 Und... Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Und... Das war's für heute. 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 Danke. Und.. Ah, ähm... Denken haben wir nicht mal gefunden. Aber, äh... Ach, wenn man so den nicht findet. Zubereiten. 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 Also auf dem Mobiltelefon ist das fast schwieriger mit dem äh... Mit dem richtigen Zeitreifen. Wegen dem Zubereiten. Hm. 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 Okay. Gut. Das liegt nachher. Wie wenig. Ich probiere, ich glaube... Es macht gar keinen Sinn mehr. Wenn ich... Also denke ich jetzt mal... Wenn ich Kochkunst... Sowieso habe. Okay. Vielleicht... Vielleicht hat das noch einen Einfluss. Aber ich glaube sonst macht es gar keinen Sinn mit einem Sack manuell zuzubereiten. Also... Jetzt haben wir ausführte. Jetzt haben wir raus. Und dann bitte... Wie? Ja. Wie? Ja. 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 Oh, da kommen wir. Na, auf jeden Fall, wenn wir auf dem Mond stehen, steht zurück. So, telemonteieren wir uns hier nicht durchmachen. Telemonte. Ja, jetzt sind wir schon fast. Bauten zwischendurch. Zwischendurch. Naja, ich hätte jetzt keinen Bock, das Zeug natürlich irgendwie zu schneiden oder so. Aber... Wenn man jetzt auf YouTube schauen würde, wenn man es am optimalsten wäre, also so Content Creators können sie auch eine vierte Stunde kurz schneiden. Oder eine halbe Stunde, je nachdem wie die Community, also die Zuschauer sozusagen so sind, was sie anspricht. Es kann Leute geben, die gerne längere Folgen von irgendetwas haben. Und das so schauen. Und das... Oder eben so ein bisschen wie Podcasts vielleicht auch so ein bisschen nebenbei haben. Aber... Und das ist natürlich auch für irgendwo, einfach so ein bisschen mal schauen, ob der... Nicht so fernsehend, als ich mir drei Stunden bevorgehe, wenn er so gesagt hat. Und das ist nicht so, ich weiß nicht so, ich weiß nicht so, ob ich mich in den Augen. Du findest mich nicht glaubwürdig? Also, wie können wir den Holy Liar? Es ist gesagt, dass es inshreiniert, tief in der Cathedral. Also, ich gehe mal schauen. Du kannst, wenn... Aber ich mache es für mich einfach so ein Spass, würde ich das einfach aufnehmen und aufladen. Äh... Von den Dingen halt. Aber das ist für mich nicht so das Thema, dass ich jetzt irgendwie das zurechtschneiden würde. Obwohl es jetzt auch nicht so aufwendig wäre, dass das Video nachher... Äh... noch rasch äh... mit FFM-Pack zu schneiden. Sozusagen. Oder... ein... etwa 15 Minütchen oder 20 Minütchen Stückchen, um das zu teilen. Warum hast du mir gekommen? Hahaha! Weil du, liebe Frau, kannst du helfen. Ich möchte den Holy Liar entdecken. Mit dem, ich werde helfen, Storm Terror zu helfen. Bitte sehen Sie sich aus. Was? Es ist ein grosser Dragon indeed. Aber wenn die Echtung Grandmaster macht seine Meinung, nichts kann in der Nachts-Way. Das ist einfach nicht acceptable. Wouldn't Storm Terror end up getting killed that way? That foolish beast betrayed the winds. Not even the god of Animo themselves would forgive it. Please! I'm afraid not, little bard. Strange. Somehow I feel so bad rejecting this sweet child. Then... I guess I'm left with no other choice. I cannot hide anymore. My disciples! Rejoice! Behold! The god of Animo, Barbados, has descended! Shocked, aren't you? Don't you just want to cry out and rejoice? How does it feel to finally meet the god you've been serving? If there's nothing else, I'll be going back to handle the cathedral's paperwork now. Wait! Huh? She didn't even bat an eyelid! But, I have at least learned what I want- She didn't deny that the cathedral is enshrining the holy- Now, since you're the hotshot of the- Maybe you can give it a shot. Barbados bless you. Ah! It's you! The new- So what brings you here? Tasks from the- Is that so? Not that I don't trust you. It's just that a suspicious bard came looking to- He's full of nonsense and even called himself Barbados. He must be up to something. There are regulations in place for the use of the Holy Liar. Currently, it's only used in Ludiharpastum. Signed documents from the Grand Master, Seneschal, and community representative are all required. So, may I see the document from the Knights of Favonius? Hey! A signed document is required. Without it, there's- Now, if you'll excuse me, I really am quite busy- Oh, huh. Ah, it didn't work. I knew- You knew it? I just wanted to know how influential the hotshot of the Knights- You see, the best warrior should always- Just the story not make for a fitting- So what are you trying to say? That we're not- No, that's not it. More of a commentary regarding Mondstadt's inability to see the warrior standing- Very well. Looks like borrowing it is not going to- Today we stand for free will! Come now, speak up. That's what free will is for. Look at you, Sidetracked from the start. Okay. But seriously, you're more suitable for the job than- Aside from singing, I don't really have any other talents. Besides, if- How can it be a grave injustice if you got caught stealing red-handed? But things are different for you. You are the superstar of the Knights of- Should you get caught, you would easily be able to talk your way out of it. The guards here, it seems they're off-duty throughout the night. If we manage to seize this opportunity, it should be- Stop mentioning us getting caught! What do you say? Ah, yes. Seems I did mention that. Your point being? Why does your decision hinge upon whether or not I am a god? For Haiman, I'll fill you in on her background story when we get the time. Huh? Huh? Ähm, diese Figur ist eigentlich eine Art wie so eine Zeit- und Raumreisende, eine Art Gottheit, die hier gelandet ist. oder schauen wir mal aus? auch. Schnell Something tablos im EFFEE. auch Oi. Oder schauen wir mal? Ah. Das ist doch so spazierend, aber es ist ja auch von der Prenzweifers. Das war's für heute. Das war's für heute. Oh no, we're busted, run! What? Follow me! Uh-uh, cool, of course. All over again. Uh-uh, restart. Uh-uh. 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 Oh-uh. Oh-uh. Uh-uh. 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 So, let's try again. Uh-uh. 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 At Uh-uh. Uh-uh. Ich glaube, dass sie so gehen sind. Entstanden. Danke, Master Diluc. Ich glaube, dass sie so gehen. Let me finish my drink first. I'll pay you. Well, with a performance. It's not about money. You seem too young to be drinking. No need to worry. When I started drinking, you were still... You wanna ask, who's this? He is Master Deluc, the boss of... the... the owner of this tavern. He's very famous. By the way, his dandelion wine is one of my favorites. Although, most of the time I can only afford a bottle or two. I just heard about some thieves from the guards. For the record, I like your guts for trying to steal the Holy Lyre de Hamel. Even if you are fools, we don't often get to see people like you. It wasn't us that stole it. The real thief is still out there. This is the hotshot of the Knights of Favonius. Why would someone so aspiring steal Mondstadt's sacred treasure? Hotshot? So, you and the Bard are close friends? Well, despite only being a passing traveler, you still offered your help to Mondstadt in its time of need. The Knights of Favonius. The Knights of Favonius. In... and towards the Fatui? Weak. Forget it. I don't feel like talking about it. Seems you don't really like the Knights of Favonius. Just differences and approaches all. I have my own hopes for this city. Now, answers. Why did you... You sure you want to know? It could implicate you in the affairs of the Knights of Favonius. That's fine. I somehow always end up implicated in their affairs. If I tell you the story with a performance, will you believe... It depends. I'll make my own... Then will I get paid? Your reward will range from anywhere between five more... Very well. Let me... What did I just witness? This is confidential information. Why? Hmm. Perhaps the wind... What say you, Master Dealer? Interesting. Give me some time. Outlander, as one of the Knights, it seems you're not a suspect. Blonde is the only description on the wanted poster. You should be safe. As for the Bard, however... No problem. I like taverns. Hmm. Okay. Let's meet here tonight after the taverns. A mystery. 100% had the Bard. That's insane. Remember. Don't forget our meeting tomorrow night. Oh, okay. Oh, okay. So, ich denke, wir machen hier mal in die Pause. Ja, einfach auch, um die Aufnahme zu stoppen. Nach zwei Stunden, mal schauen, wie gross die Feile ist. Wie viele Speicheln ich den Übrigen habe. Und ich hätte jetzt gleich noch Lust weiter zu spielen. Ich denke, ich verstehe dann gerade die nächste Aufnahme. Also, 1 Stunde 57 und 45 Sekunden sind wir jetzt schon drin. Jetzt ist die Frage... Moment... Dann kommen wir auf 5 Stunden. Dann kommen wir auf 5 Stunden. Hier ist die Frage... Ich liebe euch von 5 Stunden. Das war das 3 Stunden. Vielen Dank.